UNTERTITELUNG Willkommen kurz, wie geht es dort vorne? Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Aber die Leute haben uns geholfen. Es war ein mixture aus sehr hohe Geschwindigkeiten, durch die Mountainen und sehr hohe sections. Ich war glücklich bis zum Ende, aber drei Kilometer vor der Schlussfolgerung, und ich war in der zweiten Platz, ich sah ein Mud Hole, und all der Mud und all der Wasser in mein Engel, und so ich hatte zu stoppen den Rennen. Ich wünsche allen Rennen, dass morgen ein bisschen einfacher ist.